Geliebte Menschen leben in den Geschichten weiter, die man von ihnen erzählt. Eine dieser Geschichten ist eine ganz besondere. Sie spielt in einer Zeit, in der die Winter hart waren und im Dunkeln nur Kerzenschein Licht spendete. Brauchtum, Tradition und der Glaube gaben den Menschen Halt im Leben. Aber auch der Aberglaube. Die Berchtel war einer der Guten. In der letzten Rauhnacht am 5. Jänner zieht sie in dem Tiroler Bergdorf Alpach von Haus zu Haus und kehrt mit ihrem Besen das Unglück des vergangenen Jahres hinaus, um Platz zu schaffen für das Glück im neuen Jahr. Was ist mit? Heuer aus! Wo ist es? Wo ist es? Heuer aus! Na bleh! Na bleh! Da hab ich gedacht, da vorne schlug, was hab ich zu tun. Und statt das Unglück nach außen zu kehren, hab ich das Unglück von dem ganzen Dorf einigli gekehrt. Na wo bin ich dann mir gesagt, ich dumme, dumme, ich... Awe. Das Helium. Aber dem verschle reden. Abonniere! Abonniere! Aber dem ceux zu unserem Erger mit. Ich hoffe, aber ich bin in derены. Abonniere! Beide! Abonniere! Abonniere!